Ich wollte einen Ganzkörperspiegel im Flur und ein bisschen Stauraum für Zeugs. Darum habe ich mein altes Schlafzimmerregal umfunktioniert und Beine dran gemacht. Die Kisten darin habe ich aus Snappep genäht. Das sieht cool aus und ist mega stabil und alltagstauglich. Das Sitzkissen ist aus dem IKEA-Teppich Tifede und ein Bild habe ich noch gemalt. Und tada, das ist unser neuer Flur. Ein bisschen schicker und gleichzeitig ein bisschen praktischer.